Das Teil ist wirklich eine Schönheit. Oh ja, absolut. Die Sorge ist immens, dass dies ein Vorbote eines größeren Bebens sein könnte. Oh! Oh, hey! Bill! Bill! Berichten zufolge soll das Beben eine Stärke von 6,4 gehabt haben. Ist hier jemand? Hat dich einer gebissen? Ja. Sie sind giftig. Sie sind giftig. Du Technology